Damit KaiSearch irgendetwas indexieren kann, müssen wir jetzt einen sogenannten Indexer einrichten. KaiSearch lieferte einige schon mit für Seiten, für TT-Content, sogar für News, also für die Georg Ringer News, sage ich jetzt mal. Das ist schon vorbereitet. In der Dokumentation ist auch beschrieben, wie man eigene Indexer schreiben kann, zum Beispiel für eigene Extensions. Da ich aber kein PHP-Entwickler bin, habe ich das mir noch nie angeschaut. Da muss man ein bisschen PHP-Code, glaube ich, zumindest schreiben. Deshalb habe ich da bisher die Finger von gelassen. Den Suchindex bzw. diese Indexer werden wir in einem Ordner speichern. Dazu lege ich mir mal einen neuen Ordner hier an, irgendwo in meiner Webseite. Ich nenne den jetzt mal Search-Index zum Beispiel, wobei die Bezeichnung natürlich irrelevant ist. Die muss aktiv sein. Und ich gehe mal in das Listen-Modul, auf diesen Ordner und werde einen neuen Datensatz anlegen. Und jetzt finden wir hier einen neuen Bereich, Faceted Search. Und hier gibt es die Indexer Configuration. Und hier gibt es jetzt verschiedene Typen, die indexiert werden. Mitgeliefert ist eben schon Pages für normale Seiten, dann News für die News-Extension, Adressdatensätze aus der Extension TT Address, Content Records von TT Content, Dateien können indexiert werden. Da, wie gesagt, muss man dann schauen, ob diese Tools auf dem Server verfügbar sind. Das hatte ich im vorhergehenden Video gezeigt. Für die Extensions A21 Glossary, die kenne ich, glaube ich, gar nicht mehr. Und diese megamäßige Kalender-Extension Kal sind ja auch schon Konfigurationen dabei. Aber zu diesen beiden Extensions kann ich eigentlich nichts sagen, die habe ich noch nie genutzt. Fangen wir mal mit Pages an. Diesen Indexer muss ich irgendwie bezeichnen. Ich brauche hier einen Titel und dann kann ich hier halt sagen Pages zum Beispiel. Der Record Storage Page. Wo sollen die Suchdaten gespeichert werden? Das ist eben der Ordner, den wir jetzt gerade angelegt haben. Ich kann hier also zum Beispiel die ID 68 eintippen. Dann das hier. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen falsch bezeichnet hier. Record Storage Pages of Data to beindexed. Ich glaube, das ist hier ein bisschen blöd gewählt, die Bezeichnung. Das hier bezeichnet nämlich eigentlich den Startpunkt der Seite, ab wo indexiert werden soll. Das sehen wir auch hier in der Datenbank-Tabellenbezeichnung Starting Points. Ich kann also hier eine oder mehrere Seiten auswählen, ab denen der Indexer erst starten soll. In unserem Fall wäre es hier die Home-Seite, weil alle anderen Seiten sind ja der Home-Seite untergeordnet. Ich kann hier also mal nach Home suchen und das hier auswählen. Wie gesagt, man könnte hier auch mehrere Seiten hinzufügen. Ich könnte auch nur einzelne Seiten indexieren. Das macht jetzt für uns hier, denke ich, keinen Sinn. Dann Index Content Element with Restrictions. No. Das ist auch sinnvoll. Das geht eben darum, wenn ich Inhaltselemente habe, die irgendwelche Zugangsbeschränkungen haben, dann sollen die nicht indexiert werden. Das denke ich, ist auch sinnvoll. Das lasse ich mal auf Standard. Für einen File Indexer könnte ich hier noch die Dateitypen angeben, die indexiert werden sollen. Wie gesagt, auf die Tools dabei achten. Die Seitentypen, das bezieht sich auf den Doctype einer Seite, also Standardseite, Shortcut und so weiter. Das können wir im Prinzip so übernehmen. Das ist in Ordnung so, diese Auswahl. Und in diesem Feld könnte ich die Content Element Typen, die indexiert werden sollen, definieren. Die Standard Content Elemente sind hier schon vorhanden. Aber wir haben ja spezielle Content Elemente angelegt mit unserer Mask Export Extension. Das heißt, die müssen wir jetzt noch ergänzen. Das zeige ich aber gleich, wie wir herausfinden, was wir hier überhaupt reinschreiben müssen. Dann kann man hier noch mit Tags arbeiten. Das gehört zu dieser Filteroption, zu dieser Facettierung. Das zeige ich aber später, wie man das einrichten kann. Und Tags könnte ich auch zum Beispiel an Dateien binden. Ich speichere das jetzt erstmal, denn wir müssen ja jetzt unsere eigenen Content Elemente hier noch hinzufügen in dem Fall. Und wie finde ich jetzt raus, was ich hier eigentlich reinschreiben muss? Dazu gehe ich mal auf eine Seite, auf der so ein Content Element verwendet wird. Wir haben ja hier den Slider und auch ein Card Element, wobei ich jetzt gerade nicht sicher bin, wo ich hier ein Card Element habe. Sonst legen wir einfach mal schnell eins an. Das kann ich mal hier machen. Da muss jetzt auch nicht viel drin stehen. Das soll schon so ausreichen, so dass wir das mal sehen. So, fangen wir gerade mit diesem Card Element an. Wie finde ich jetzt raus, was ich da reinschreiben muss? Dazu editiere ich es gerade nochmal. Ich hätte es eigentlich gar nicht schließen müssen. Und wenn wir den Debug-Modus anhaben in den Settings hier, in den Configuration Presets, dann sehen wir ja genauso wie hier die Datenbankfelder zu jedem Bereich. Und hier steht dieses vt9-mask-elements-vt9-card. Und das ist genau das, was wir jetzt hier brauchen. Für den Slider sehen wir das hier zum Beispiel auch, vt9-mask-elements-vt9-slider. Und das müssen wir jetzt in diese Liste eintragen. Wenn du diese Ansicht jetzt hier nicht hast, dass diese Hinweise hier nicht angezeigt sind, dann wie gesagt, geh mal in die Settings hier rein, in den Admin-Tools, in die Configuration Presets und aktiviere hier den Debug-Modus. Dann wird das nämlich angezeigt. Im Live-Modus nicht mehr. Gut, also wie gesagt, diese Werte, die müssen wir uns jetzt merken, vt9-slider und vt9-card. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal in den Indexer und werde den nochmal bearbeiten und kann das hier dann einfach hinzufügen. Das war also vt9-mask-elements-vt9-card und vt9-mask-elements-vt9-slider. Ansonsten würden nämlich die Inhalte, die Texte, die wir in diesen beiden eigenen Content-Elementen anlegen, gar nicht indexiert werden. Wenn du das natürlich nicht willst, dann lass das einfach weg. Klar, geht natürlich auch. Aber ich denke, das ist schon sinnvoll. Ich speichere das nochmal. Und wir könnten jetzt auch mal einen Indexer für Dateien anlegen, sofern du Dateien auch indizieren willst. Ich sage jetzt also Files. Das soll auch auf der 68 gespeichert werden. Und dann muss ich eben das sogenannte File-Storage hier auswählen. File steht für File Abstraction Layer. Und diesen Hinweis hier important back-end-user-cli-scheduler needs access to this storage. Das bezieht sich jetzt eher auf ältere TYPO3-Versionen. In TYPO3.9 gibt es diesen Benutzer nicht mehr. Ich wähle jetzt auf jeden Fall hier File-Admin aus und könnte jetzt noch die Verzeichnisse angeben, die durchsucht werden sollen. Ich denke aber, wenn wir das leer lassen, dann sollte eigentlich File-Admin komplett durchsucht werden. Das kann man jetzt also auf die Art und Weise noch ein bisschen einschränken, wenn du nicht den kompletten File-Admin-Ordner, sondern nur bestimmte Verzeichnisse rekursiv durchsuchen lassen willst. Ich lasse es jetzt mal offen. Dann wie gesagt, die Dateitypen könnten wir hier noch einschränken. Das lasse ich jetzt mal. Das wird jetzt hier in unserer virtuellen Maschine sowieso nicht funktionieren, muss ich gleich dazu sagen, aber damit du das Prinzip einfach mal siehst. Ich speichere das und schließe das mal. So, jetzt haben wir diese Indexe angelegt und wir können jetzt auch schon mal testen, ob das funktioniert. Du findest hier ein Backend-Modul Faceted Search. Wenn du das nicht siehst nach der Installation von KIS Search, lade einfach mal das Backend komplett neu, dann wird das hier angezeigt. Ich gehe da jetzt mal rein und wir haben ja jetzt mehrere Ansichten. Start Indexing, Indexed Content und so weiter. Ich sehe hier also meine beiden Indexer und kann die jetzt hier einmal manuell starten. Und ich sehe, das hat jetzt funktioniert, zumindest für die Seiten. 41 Seiten in drei Sprachen wurden gefunden. 12 wurden indexiert, 27 hatten keinen Inhalt. Ja, ich habe sehr viele leere Seiten hier. Dateien wurden jetzt keine indexiert. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich eben diese Tools nicht installiert habe auf der virtuellen Maschine. Aber unser Index enthält jetzt 12 Einträge. Das können wir uns auch mal anschauen. Es gibt hier den Bereich Indexed Content. Da sehe ich alles, was indexiert wurde. Ich sehe auch, wo, also auf welcher Seite das gespeichert ist. Ich bin ja jetzt gerade hier auf der Seite 68, deshalb sehe ich das sozusagen, sehe ich das in der Art und Weise sozusagen. Und hier sehe ich dann auf der Home-Seite zum Beispiel ist jetzt hier etwas indexiert worden. Dann hier für Englisch. Wir sehen ja auch die Language ID zum Beispiel. Ja, so kann man sich jetzt den gesamten Suchindex hier im Prinzip anschauen. Ich kann auch eine einzelne Seite aufrufen, also hier zum Beispiel die Home-Seite und sehe dann eben, welcher Inhalt jetzt nur auf der Home-Seite indexiert wurde. Und da sehe ich zum Beispiel auch unser Card Element, was ich ja vorhin angelegt habe, wurde indexiert. Das funktioniert also. Soweit, so gut. Der Indexer funktioniert. Jetzt habe ich den manuell gestartet. Natürlich will man das nicht immer manuell machen. Dafür gibt es auch ein Scheduler-Task. Wie man den Scheduler einrichtet, das zeige ich aber dann in einem separaten Video. Ja, im nächsten Video schauen wir uns jetzt aber erstmal an, wie wir diese Suchergebnisse dann überhaupt im Frontend anzeigen lassen können.